Und hier ist mein Einkaufsitzel. Ich möchte einen Kuchen backen. Und ich brauche eine Kuchenform. Hast du eine Kuchenform? Ja. Oh, danke. Schließt du die da rein? Kuchenform kaufe ich. Und schau mal. Hä, wo ist hier das? Ja, das ist auch super. Das brauche ich auch. Das? Die Förmchen brauche ich auch. Die sind es. Das sind so viele. So viele sind es. Die nehme ich alle. Und schau mal auf meinem Zettel. Eier brauche ich. Hast du Eier? Nee. Ich brauche Eier. Schau mal hier. Hm? Noch mehr Eier brauche ich. Ich habe Eier. Ja. Schön. Und noch ein Ei brauche ich. Genau. Und ich brauche noch ein Ei. Eier. Okay. Das sind alle Eier, die du hast? Ja. Dann brauche ich Mehl. Hast du Mehl? Ja. Mehl kaufe ich. Dankeschön. Und schau mal. Einen Löffel kaufe ich auch. Okay. Dankeschön. Danke. Und ein Brett brauche ich noch. Hast du ein Brett? Ja. Zum Schneiden, ne? Ein Brett brauche ich. Au. Au.